Heute beschäftigen wir uns mit Ursachen von Krankheiten und deren Lösungen. Und diese Lösungen, die kommen nicht von mir, sondern die kommen von Dr. David Williams. Er ist Principal Investigator an der Helen P. Rumble University für Krebsprävention. Er ist an der Linus Pauling Institute Professor und er ist im Department für Umwelt und Molekulartoxikologie. Und noch vieles, vieles mehr, denn er ist auch Direktor des Superfund-Forschungsprogramms am Linus Pauling Institute. Er ist Direktor der Niesmariner Freshwater Biomedical Science Center im Oregon State University. Und er ist Leiter des Krebs-Kemopräventionsprogramms am Linus Pauling Institute und noch vieles mehr. Er ist unter anderem Interimleiter der Umwelt- und Molekularen Toxikologie in Oregon. Und ja, wie ich schon gesagt, vieles mehr. Die Liste ist endlos von diesem Mann und ich durfte einen Vortrag lauschen von ihm. Und darin, darin ging es unter anderem um sekundäre Pflanzenstoffe und wie du die Ursache von Krankheiten mit Hilfe deiner Ernährung lösen kannst. Und ein paar dieser Key Facts, natürlich wie immer garniert mit wissenschaftlichen Publikationen, die gibt es jetzt. Hallihallo, dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Heute kriegst du ein paar schöne Lösungen mit an die Hand, die dir wirklich, wirklich helfen können, besser Krankheiten zu verstehen. Und eine Sache davon, die ich gleich vorweg nehmen möchte, ist, Amerikaner, Deutsche, Europäer, ja viele Menschen im Allgemeinen, die nehmen zu wenig von den essentiellen Dingen zu sich, wie zum Beispiel Früchte, wie zum Beispiel Gemüse, wie zum Beispiel natürlich richtige Fette, wie zum Beispiel Ballaststoffe, Vitamin D, Calcium und so viele Sachen. Also da gibt es eine schöne Studie 2010, rausgegeben von dem Health.gov, also dem Health Government. Und hier ist zum Beispiel klar, dass nur 28% im Durchschnitt der benötigten Vitamin D-Aufnahmemenge des typischen Amerikaners in diesem Fall erreicht wird. Bei Vegetables sind es innerhalb, also Gemüse sind es innerhalb noch 59% und bei Calcium noch 75%. Auf der anderen Seite übertreffen wir aber in der Regel und im Durchschnitt die Dinge, die wir reduzieren sollten, unter anderem übrigens Kalorien. Das bedeutet, wir essen viel zu viel Kalorien hier mit 280% angegeben, also das 2,8-fache dessen, was wir eigentlich essen sollten. Ja, und dann kommt hier zum Beispiel eben auch Refined Grains vor, also die verarbeiteten Kohlenhydrate, weiße Mehle, Auszugsmehle und so weiter, unter anderem Salz vor, teilweise mit dem Doppelten oder mit dem 1,5-fachen von dem, was wir tatsächlich zu uns nehmen müssen. Weiterhin sagt er, da er ja ein absoluter Krebsspezialist ist, dass Krebs teilweise von 20 bis zu 30 Jahren braucht, um sich zu entwickeln. Das bedeutet, wenn jemand heute Krebs bekommt, dann ist es natürlich eine Entwicklungsperiode der letzten 20 bis 30 Jahre hin und es ist auch nachgewiesen, dass der Lifestyle quasi die genetische Präposition schlägt. Also, was bedeutet denn hier auch Lifestyle? Lifestyle ist natürlich unsere Ernährung, die Umwelt und natürlich eben auch die Bewegung. Da kommen auch noch andere Sachen dazu, wir sprechen natürlich auch von der Arbeit, also das ist mit Umwelt gemeint, mit dem Stress gemeint und natürlich die Giftstoffe und vieles mehr. All das ist hier zusammengefasst unter dem Titel Umwelt. Ja, und dann kommen noch sehr, sehr viele Sachen, vor allem Cadmium und Arsen dazu, die in vielen Lebensmitteln unter anderem enthalten sind, die uns natürlich dann noch zusätzlich vergiften. Ja, was können wir denn jetzt tun? Und hier kommen wir natürlich hier wieder zum Topic, zum Thema Vegan Podcast. Ganz klar ist hier, was eben auch hier Dr. David Williams von der Linus Pauling Institute eben auch in seinem Vortrag ganz klar sagt, ist, dass wenn wir zum Beispiel weißen oder grünen Tee trinken, hier eine krebssenkende Wirkung erzielen, beziehungsweise eben auch ein Lebensmittel zu uns nehmen, was eine hohe Anzahl an sekundären Pflanzenstoffen zum Beispiel hat, die ja immer, 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 und ich habe das auch schon in einer anderen Podcast Episode erwähnt, gut für uns sind, in dem richtigen Maße. Also hier ganz klar grüner oder weißer Tee, übrigens Link zu unserem Artikel über grünen Tee auch in den Shownotes. Dann ist es so, wie wir auch angesprochen haben, die meisten Menschen bekommen nicht genug Obst und Gemüse. Auch hier ist es wichtig, Bio, Obst und Gemüse in seiner Ernährung anzubauen, aber hier auch wichtig, richtig zu kombinieren. Also bitte kein Obst auf eine andere schwere Mahlzeit, vor allem mit Fett essen und Obst, wenn überhaupt, immer vor dem Essen und am besten auf nüchternen Magen essen. Also das bedeutet, es gibt auch diesen Spruch, eat it alone or let it alone, damit ist meistens die Melone gemeint. Das gilt aber auch für viele anderen Obstsorten, außer du hast jetzt zum Beispiel Avocado, die kann zum Beispiel eben auch mit grünem Blattgemüse zum Beispiel oder anderen Sachen kombiniert werden. Was ganz klar krebserregend ist, auch studienbasiert ist, ist natürlich hochprozessiertes Fleisch, insbesondere eingelegtes, konserviertes und geräuchertes Fleisch ist krebserregend. Übrigens eine Studie sagt, Frauen, die Hamburger Steak oder Speck sehr viel essen, haben ein höheres Brustkrebsrisiko als diejenigen, die Fleisch gegessen haben, welches nicht so lange gekocht oder gegart bzw. vor allem auch gegrillt wurde. Eine sicherere Art, Fleisch zu garen, ist es, sie bei niedrigeren Temperaturen zu garen und noch eine noch sicherere Art ist, gar kein Fleisch zu essen. Das ist natürlich eben auch klar. Dann als allerletztes in diesem Teil des Podcastes ist natürlich eben auch Brokkoli nochmal zu nennen, Brokkoli und die Sulforafane, die da drin sind, absolutes Anti-Krebsmittel. Das ist uns ja mittlerweile eben auch bekannt, übrigens eben auch studienweit über viele Bevölkerungsschichten. Also es ist ja klar, dass wir Menschen zwar die gleiche oder eine sehr ähnliche genetische Grundausstattung haben, aber diese Gene drücken sich in verschiedener Art und Weise aus. Also zum Beispiel je nachdem, wie wir leben, wo wir leben, wie unser Lifestyle ist und wie die Voraussetzungen und die Umweltgegebenheiten natürlich sind, drücken sie sich anders aus. Grundsätzlich haben wir aber die gleiche genetische Grundausstattung und diese Dinge, die wir gerade genannt haben, die treffen eben auch daher auf alle Menschen zu. Also von daher hoffe ich, dass ich dir heute auch wieder Tipps gegeben habe. Vegane Ernährung hilft hierbei, denn du hast einen höheren Anteil an sekundären Pflanzenstoffen durch vor allem die grünen Blattgemüse, also mehr Gemüse, mehr Obst. Zu Obst können zum Beispiel eben auch Beeren, wie die Blaubeere, die Brombeere, die natürlich super reich sind an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen. Also auch die machen sehr viel Sinn. Sellerie, der typische Selleriesaft, aber wie gesagt eben auch solche Sachen wie grüner Tee, weißer Tee und in der Episode, die wir dir verlinken in den Shownotes, da kriegst du natürlich eben auch nochmal ganz, ganz viele Sachen mit. Übrigens zu sekundären Pflanzenstoffen sind natürlich die Kräuter nicht zu vergessen, also Petersilie, Oregano und natürlich eben auch die Wildkräuter, die draußen wachsen und viele, viele mehr. Das sind die Sachen, die uns diese wichtigen sekundären Pflanzenstoffe bringen. Ich hoffe, ich konnte dich heute wieder inspirieren, ein bisschen mehr über deinen gesunden Lifestyle nachzudenken und wenn du jemanden kennst, der die vielleicht Krebs hat oder eine schwere Krankheit hat, leite ihm oder ihr diese Episode gerne weiter. Und natürlich eben auch die verlinkte Ressource über das Hippocytos Institut in Europa, in den Shownotes, denn dort, da wird besonders all dies beachtet und in einem 3 Wochen Programm übrigens, was eben auch der Doktor hier empfiehlt, umgesetzt. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Sonne im Herzen und vor allem Gottes Segen. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, dass es dir gut geht, alles, alles Liebe, dein Christian. Nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst es in iTunes mit Apple Podcasts tun, du kannst es natürlich in Google auf deinem Android Handy tun mit Google Podcasts, du kannst es in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broken. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer, ärztlichen Rat einzuholen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen.